Vor vielen Jahren, da lebte in unseren Landen ein geachteter Jäger. Er hat jeden Winkel gekannt. Eines Morgens erblickte er vor sich ein Rentier. Die Rentiere kommen jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hierher. Es war echt, ich hab's gerochen. Dann ist es ein Männchen gewesen. Weißt du noch, Aga, haben deine Rentiergeschichten immer sehr gut gefallen. Die Rentiergeschichten Die Rentiergeschichten